So, guten Morgen zusammen. Ich weiß, es ist schon wieder Mario Kart Time. Also, ich habe gesehen, heute Morgen ist noch kaum einer am Stream bei Mario Kart. Dann gehen wir natürlich in Mario Kart rein und danach in Pokémon, wo ich gestern Abend noch bis irgendwann nachts dran war. Das Spiel macht echt Spaß und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Also, wer Pokémon generell gerne spielt, wird da eigentlich auf seine Kosten kommen. Ist ein bisschen anders das Spiel, aber auf jeden Fall okay. Aber, warum habe ich noch hier das Video? Natürlich ein bisschen Werbung und in dem Sinne für alle die, die Monster Hunter zum Beispiel spielen wollen. Ihr seht schon am Preis, 42 Euro ist eigentlich fast geschenkt für ein gnaden neues Spiel, für ein PC. Monster Hunter Rise, habe es selbst noch nie gespielt, aber den einen oder anderen wird es mit Sicherheit interessieren. Gerade bei meinem Partner MMO sind immer reichlich Angebote, ihr seht es ja auch hier rechts. Manchmal frage ich mich wirklich, wie schaffen die die Preise so runter zu drücken. Weil, das Spiel kostet halt 60 Euro, wenn du dann noch langzeitiger Stammkunde bist, bezahlst du für das Spiel nur noch 38 Euro. Für alle die, die mir da in Anführungszeichen nicht glauben, warte mal, hier steht der Treuerabatt. Man bekommt als Profi 10% und als lebenslanger Stammkunde auch 10%. Das bin ich dann schon seit langer, langer Zeit. Ich bin halt schon ziemlich lange bei einem UGA. Von daher ist das natürlich klar, dass da so eine Summe entsteht. Also ich würde für das Spiel jetzt 38 Euro bezahlen, für ein nagelneues Spiel, was eigentlich 60 Euro kostet auf Steam. Also wer Bock hat, kann es sich gerne gönnen. Ich packe mal den Link in die Videobeschreibung. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis gleich im Livestream und haut rein.